In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man den Abstand Windschiefergeraden bestimmen kann, und zwar in diesem Fall mit Hilfe von zwei Laufpunkten. Das ist einer der drei wichtigsten Lösungswege für dieses Problem. Die anderen zwei findet ihr am Ende dieses Tutorials im Abspann. Bevor wir gleich das Problem schrittweise anhand einer Beispielaufgabe lösen werden, schauen wir uns zuerst kurz die Problematik an. Wir haben also zwei Windschiefergeraden, hier mit g und h gekennzeichnet. Und was wir eigentlich suchen, sind zwei Punkte auf dieser Geraden, so dass die Geraden g und h den geringsten Abstand voneinander haben. Wenn wir diese zwei Punkte bestimmen, dann ist die Länge dieses Vektors gh genau der gesuchte Abstand. Und diese streckige h ist natürlich gleichzeitig auf beiden Geraden orthogonal. Für den Fall, dass diese kurze Erklärung zu schnell ging, schaut euch einfach die nächste Beispielaufgabe an. Ich denke mir spätestens dann hat sich alles geklärt. Wir haben also zwei Windschiefergeraden, g und h, und wir suchen den Abstand. Zur Orientierung werden wir noch unsere kleine Planskizze von vorher benutzen. Und zwar, unser Ziel war eigentlich, diese Punkte G und H zu bestimmen. Wir kennen jetzt nicht die Koordinaten, aber wir wissen, dass sie auf dieser zwei Geraden g und h liegen. Aus diesem Grund kann man praktisch diese zwei Geraden zerlegen und als allgemeiner Punkt darstellen, oder so genannter Laufpunkt. Wir schauen dann als erstes auf die Gerade g hier und die werden wir dann zeilenweise in x1, x2 und x3 zerlegen. Also x1 ist dann minus 1 plus 4t. x2 sind minus 3 plus t. Also t mal 1 sind t. Und die letzte Zeile, x3 ist dann 5 plus t mal minus 1, also minus t. Und das Ganze kann man dann auch so schreiben, als allgemeiner Punkt. Also das ist die Gerade g, deshalb liegt groß g drauf mit den Koordinaten. Minus 1 plus 4t. Dann minus 3 plus t. Und die letzte Koordinate, 5 minus t. Und das Gleiche werden wir natürlich auch mit der Geraden h jetzt machen. Also hier an der Seite zerlege ich jetzt h. x1 ist dann 0 plus 2s, das sind ja natürlich nur 2s. x2 ist dann minus 4 plus s mal 0, also minus 4. Und x3 ist dann 8 minus s. Und auch dieser Gerade können wir dann als allgemeiner Punkt h hinschreiben. Und seine Koordinaten lauten dann 2s, minus 4 und 8 minus s. Anhand unserer Planskizze können wir eigentlich schon gut erkennen, dass der gesuchte Abstand eigentlich genau die Länge des Vektors g h ist. Gut, da wir die Punkte g und h haben, okay, nicht eindeutig, sondern nur verallgemeinert, aber wir haben sie, können wir als nächstes auch diesen Verbindungsvektor g h aufstellen. g h bedeutet natürlich nichts anderes als h minus g oder Ortsvektor von h minus Ortsvektor von g. Nur mal kurzer Rande, ihr könntet genauso gut hier h g bestimmen. Das spielt keine Rolle für die spätere Rechnung. Aber ich habe mich jetzt für g h entschieden, deshalb ziehen wir das jetzt so durch. Also wir haben diesen Vektor g h und als erstes schreibe ich h hin als Ortsvektor. Also 2s, minus 4 und 8 minus s. Und dann kommt minus g als Ortsvektor geschrieben. Und das wäre dann minus 1 plus 4t, minus 3 plus t und 5 minus t. So, das ist die Stelle, wo die meisten Leichtsdienstfehler passieren. Du musst aufpassen, dass hier hinten befindet sich eine Minusklammer, deshalb beim Auflösen müsst ihr alle Vorzeichen umdrehen. Damit meine ich, beim ersten Vektor schreibt ihr immer alles so ab, wie es da steht. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und bei dem zweiten müssen wir diese Minusklammer hier auflösen. Also, wir haben dann minus mal minus 1 sind plus 1. Und dieses Minuszeichen mal 4t sind natürlich minus 4t. Das meine ich jetzt mit den Minusklammern. Und genauso mit jeder einzelnen Koordinate. Hier, minus 1 mal minus 3 ergibt plus 3. Und minus 1 mal t ergibt natürlich minus t. Und bei der letzten Koordinate, minus 1 mal 5 sind minus 5. Und minus 1 mal minus t sind dann plus t. Dann entsprechend, soweit wie möglich noch zusammenfassen. Viel kann man hier nichts mehr machen, aber ein paar Sachen gehen noch. Also, bei der ersten Koordinate, ich schreibe die Zahl zuerst. 1, dann kommt plus 2s und minus 4t, damit das Ganze ein bisschen geordnet ist. Dann hier bei der zweiten Zeile, minus 4 plus 3 sind minus 1 und minus t. Und bei der letzten Zeile, 8 minus 5 sind dann entsprechend 3, minus s und plus t. Also, das ist unser allgemeiner Vektor gh. Und weiter geht's zum nächsten Schritt. Neben dieser Geraden g und h, habe ich jetzt auch unser Vorgebnis von vorher hingeschrieben, diesen Vektor gh, hier mit blau dargestellt. Den werden wir jetzt gleich wieder benötigen. Okay, wir schauen kurz rechts auf die Skizze. gh, diesen Vektor, den wir aufgestellt haben, ist orthogonal auf beide Geraden. Das bedeutet, dieser Vektor gh hier ist gleichzeitig orthogonal auf beide Richtungsvektoren der Geraden. Also, die Gerade g hat einen Richtungsvektor, den kann ich jetzt entsprechend mit R1 beschriften. Und die Gerade h hat auch einen Richtungsvektor, den kann ich mal hier andeuten. Den kann ich entsprechend mit R2 beschriften. So, und diese zwei Richtungsvektoren sehen wir auch hier ganz gut bei der Geradengleichung, das sind die hinteren. Also, entsprechend wäre das der Vektor R1 und hier der Vektor R2. Gut, an was ihr euch erinnern solltet, ist die Tatsache, dass wenn zwei Vektoren aufeinander orthogonal sind, deren Skalarprodukt 0 ist. Und das hilft uns, diese sogenannte Orthogonalitätsbedingung aufzustellen. Also, mit Hilfe des Skalarprodukts werden wir jetzt zwei Gleichungen aufstellen. Das heißt für uns, in erster Reihe, einmal R1 mal dieser Vektor gh muss 0 sein, weil sonst wären sie nicht aufeinander orthogonal, also man kann auch so ein Ausrufezeichen drauf machen. Das muss ja erfüllt sein. Und zweitens, R2 mal gh muss ebenfalls 0 sein. Gut, und jetzt führen wir diese zwei kleine Rechnungen auf und gucken, was dabei herauskommt. Also, mit der ersten Rechnung. R1, wie gesagt, ist 4, 1, minus 1. Mal dieser Vektor gh. 1 plus 2s minus 4t. Dann minus 1 minus t. Und 3 minus s plus t. Ist gleich. Und dann rechnen wir ein Skalarprodukt hier an dieser Stelle aus. Also, jede mit hier multipliziert. Das heißt, 4 mal, Klammer auf, 1 plus 2s minus 4t, Klammer zu. Plus 1 mal, weil hier eine 1 steht, können wir uns das auch sparen eigentlich. Dann schreibe ich gleich minus 1 minus t. Und dann noch die letzte Zeile. Minus 1 mal 3 minus s plus t. Und das Ganze soll 0 sein. Ja, natürlich kann man das auch noch ein bisschen zusammenfassen. Also, ich löse hier die Klammern auf und schaue, was dabei herauskommt beim Zusammenfassen. Also, daraus folgt. Wir haben dann 4 plus 8s minus 16t. Dann kommt minus 1 und minus t. Und bei der hinteren Klammer ebenfalls alles ausmultiplizieren hier. Also, wir haben dann minus 3 plus s und minus t. Und das Ganze soll gleich 0 sein. So, später werden wir diese zwei Zeilen oder diese Zeile und noch die andere, die dazukommen, zusammenfassen. Im Moment lasse ich es einfach mal kurz so stehen. Und gehen natürlich zu der zweiten Gleichung. Wir nehmen jetzt den Vektor R2 von der geraden H hier. Also, entsprechend werde ich dann hier haben 2, 0 und minus 1 mal wieder unser Vektor gh. 1 plus 2s minus 4t. Dann minus 1 minus t. Und die letzte Koordinate 3 minus s plus t. Und auch hier berechnen wir das Skalarprodukt. Also, 2 mal die erste Zeile. 1 plus 2s minus 4t. Dann 0 mal irgendwas ist 0. Also, die zweite Zeile können wir uns sparen. Und am Ende nur noch minus 1 mal 3 minus s plus t. Auch hier lösen wir als erstes die Klammern. Dann 2 mal 1 sind 2. Dann 2 mal 2s sind 4s. Und 2 mal minus 4t sind minus 8t. Und bei den hinteren Klammern, minus 1 mal 3 sind minus 3. Minus 1 mal minus s sind plus s. Und minus 1 mal t sind wieder minus t. Ergibt gleich 0. Und als nächstes werden wir diese zwei Zeilen zusammenfassen. Sodass ein kleiner, linearer Gleichsystem entsteht. Also, wir schauen jetzt erstmal auf die erste Zeile. Da fasse ich beispielsweise erstmal die s zusammen. Also, wir haben hier 8s und hier noch ein s. Insgesamt sind das 9s. Dann die t's. Minus 16t. Hier minus 1t. Und nochmal minus 1t sind minus 18t. Und die Zahlen 4, minus 1, minus 3 sind erstaunlicherweise 0. Also, am Ende steht einfach nur gleich 0. Dann die zweite Zeile. Hier fangen wir auch mit dem s als erstes an. 4s plus 1s sind natürlich 5s. Und minus 8t, minus 1t sind minus 9t. Und das Ganze ergibt, 2 minus 3 sind minus 1. Diese minus 1 können wir auch rüberbringen mit plus 1. Also haben wir einfach hier eine 1 stehen. Was wir jetzt hier noch sehen, ist ein relativ leichter, linearer Gleichsystem. Was meistens am einfachsten zu lösen ist mit Additionsverfahren. Auch hier, wenn wir die t's genauer anschauen, sieht das ganz gut aus. Wenn ich die letzte Zeile mal minus 2 nehme, dann habe ich hier plus 18t und mit dem minus 18t von oben fliegt alles raus. Und genau so machen wir es auch. Also, die letzte mal minus 2 genommen und addiert mit der ersten. Das zähle ich jetzt hier an dieser Stelle zusammen. Dann haben wir vorne hier 5 mal minus 2 sind minus 10, plus 9 sind minus 1s oder kurz gesagt minus s. 18 minus 18t fliegt raus. Und hier habe ich nur noch minus 2 mal 1, minus 2, plus 0 bleibt ja minus 2. Und jetzt noch das Minus wegbekommen mit geteilt oder mal minus 1. Somit haben wir schon die erste Lösung und zwar s ist gleich 2. Wenn wir jetzt s bestimmt haben, sollte kein Problem mehr sein, t zu bestimmen. Wir setzen eine dieser zwei Gleichungen. Ich entscheide mich jetzt wegen den Zahlen für die zweite. Und dann sage ich einfach mal 5 mal 2 minus 9 mal t sind gleich 1. Jetzt wollen wir nach t um. 5 mal 2 sind 10. Die kann ich natürlich mit minus 10 rüberbringen. Dann steht ja hier minus 9t sind gleich minus 9. Und dann geteilt durch minus 9. Somit kriegen wir auch einen sehr schönen Wert für t raus. Und zwar t ist 1. Und das war auch unser Ziel, diese zwei Parameterwerte zu bestimmen. Jetzt können wir auch unsere zwei Punkte g und h bestimmen. Und das ist dann auch unser letzter Schritt. g und h bestimmen, sowie die Länge des Vektors gh, was genau unserer gesuchten Abstand entspricht. Zur Erinnerung, am Anfang der Aufgabe haben wir schon die Laufpunkte g und h hingeschrieben. Das heißt, das einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist einfach hier die passende Werte für t und s einzusetzen. Ich fange jetzt natürlich mit g an. Also, wir können dann einfach für t die 1 einsetzen. Und dann haben wir g, Klammer auf, minus 1 plus 4 mal 1. Dann minus 3 plus 1. Und die letzte Koordinate, 5 minus 1. Wenn wir das Ganze dann zusammenfassen, haben wir dann minus 1 plus 4 sind natürlich 3. Minus 3 plus 1 sind minus 2. Und 5 minus 1 sind 4. Genauso mit dem allgemeinen Punkt h. Für s setzen wir dann 2 ein. Dann haben wir entsprechend h, Klammer auf, 2 mal 2, minus 4 und 8 minus 2. Das bedeutet, Punkt h hat dann entsprechend die Koordinaten 4, minus 4 und 6. Also, wir haben jetzt die Punkte g und h. Somit bilden wir dann den Vektor gh. Das bedeutet, h minus g. Das können wir auch direkt aufschreiben. Die Zahlen sind relativ leicht. 4 minus 3, 1. Minus 4, minus minus 2 sind minus 2. Und 6 minus 4 sind wieder 2. Und dann, der gesuchte Abstand ist die Länge dieses Vektors. Vertrag aus gh ist dann Wurzel aus jeder einzelnen Koordinate ins Quadrat. Minuszeichen können wir ignorieren, wegen der hoch 2 fallen sie sowieso weg. Dann haben wir 1 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat. Sind dann entsprechend Wurzel aus 9, was wiederum drei Längeneinheiten ist. Also, das ist das von uns gesuchte Abstand. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ich glaube, ich muss nie viel drum erzählen, wie kompliziert und wie fehleranfällig dieser Weg ist. Und deshalb würde ich ihn eigentlich freiwillig gar nicht wählen. Wir haben am Anfang gesagt, es gibt mehrere Lösungsansätze für dieses Problem. Allerdings seid ihr bei manchen Aufgaben gezwungen, diesen Weg zu wählen. Und das sind die Art von Aufgaben, wenn die Laufpunkte explizit eine Aufgabenstellung verlangen bzw. gesucht sind. Nur dann solltet ihr diesen Weg nehmen. In allen anderen Fällen könnt ihr einen dieser anderen alternativen Lösungswege wählen, weil die sind viel, viel kürzer und viel, viel einfacher. In Zusammenhang mit diesen Abstandsproblemen gibt es natürlich noch zwei weitere Abstandsprobleme, die große Bedeutung haben. Einmal Abstand eines Punktes von einer Ebene und einmal Abstand eines Punktes von einer Geraden. Wenn Bedarf Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Einmal Abstand eines Punktes von einer Geraden.